Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Fieberbox von BAUSER. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Fieber von BAUSER, das Ganze am vergangenen Freitag, den 21. Juni erschienen. Wir haben hier eine schwarze Box und das verwundert mich dann jetzt doch etwas, denn diese Box oder dieses Release wurde online angepriesen als No-Box-Bundle. So, und daher bin ich jetzt, wie wahrscheinlich auch viele andere, davon ausgegangen, dass wir diese Box erhalten in einer Folie, also so ein klassisches Bundle eben in einer Plastikfolie und in dieser Folie ist dann eben T-Shirt und die restlichen Inhalte eingewickelt. Aber nein, trotz No-Box-Bundle haben wir hier offensichtlich eine Box. Sehr spannend. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. Die Vinyl zu diesem Album habe ich euch ja bereits gezeigt, die war ganz nett und heute ist eben die Box an der Reihe. Also wir haben hier eine schwarze Box, schwarzer Rahmen und in der Mitte haben wir dann dieses Bild hier. Das sieht aus wie, ja was ist das, Glas oder eventuell auch Asphalt. Auf jeden Fall brennt hier etwas. Auf der linken Seite lesen wir BAUSER in roten Buchstaben. Rechts dann, das hat so eine Sticker-Optik. BAUSER FIBER lesen wir hier, genauso wie hier, der komplette Balken. Und ansonsten ist das hier in schwarz gehalten. BAUSER rechts zu lesen. Auf der linken Seite auch noch. Und es hat überall solche Farbsprinkler. Also wie auch schon bei der Vinyl, haben wir hier überall so kleine weiße Pünktchen. Das Ganze ist dann hier zu öffnen und keine reguläre Klappbox, sondern der Deckel geht auf. Sehr schön. Von innen schwarz. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein Shirt. Dann haben wir hier das Album. Diverse Sticker. Dann hier so ein Polaroid. Und ein Poster. So, dann machen wir das Ganze mal wieder zu. Und packen die Box zur Seite. Und holen die einzelnen Sachen mal hier aus der Folie. Also einmal das Shirt. Und dann natürlich das Album. Also, so sieht das Ganze aus. Wir haben hier einmal das Album an sich. Kommt in einem Jewel Case. Hier haben wir BAUSER in einem Hemd vor einer Wand stehen. Und es wirkt so, als wäre er hier eingezündet. Also hier ist Feuer zu sehen. Links lesen wir BAUSER. Rechts BAUSER FIBER. Und auch hier wieder dieser Kreis in dieser Sticker-Optik. BAUSER FIBER auch hier. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Also wir haben hier 14 Tracks an der Zahl. Und wir haben drei Features. Und zwar eins von Summer Jam, eins von Dardan und eins von RISI. Okay, Credits und Barcode. Und dann schauen wir mal hinein. Es ist übrigens das zweite Solo-Album von BAUSER. Jetzt schauen wir mal, dass wir das Booklet hier rausbekommen. Ist auf jeden Fall ein dickes Booklet. So, dann haben wir Fotos. Auf der linken Seite hier einmal BAUSER vor einem alten Renault. Dürfte das sein, wenn ich es richtig sehe. Diverse Tracks hier aufgelistet. Aber auch die gesamten Lyrics. Also das gefällt mir schon mal gut. Man hat hier natürlich die Info, wer wurde gefeatured. Beziehungsweise wer hat produziert. Aber auch wer, beziehungsweise was heißt wer. Also wer hat die Tracks produziert. Ja, und die ganzen Lyrics natürlich noch. Aber das hier wirklich Wort für Wort abgetippt. Sehr schön. Gefällt mir mal gut. Und das Ganze dann auch hier unterlegt mit diversen Fotos. In schwarz, roh und weiß gehalten. Jawohl. Hier mit Reezy am Produzieren. Okay. Und dann haben wir noch die Credits zum Album. Gut. Also, schönes Booklet. Richtig. Alle Lyrics, alle Infos da drin, die man so braucht. Packen wir das Booklet mal wieder rein. Und kommen direkt zur Album CD. Die sieht so aus. Also auch hier wieder Feuer zu sehen. Ansonsten in schwarz gehalten. Dann haben wir mit dabei ein Poster. Das sehr, sehr klein gefaltet wurde. Also noch kleiner als so ein Booklet-Poster. So, auf der einen Seite haben wir hier so ein Split-Motiv aus diversen Fotos, die wir ja auch schon aus dem Booklet kennen. Also hier Bowser an diversen Orten hier in Mexiko. Und auf der Rückseite haben wir dann nochmal das Cover des Albums im Hochformat. Also der in Flammen stehrende Bowser hier zu sehen. Wie gesagt, sehr, sehr klein gefalten. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wieso. Denn bei der Vinyl konnte man das natürlich besser machen. Das war ja auch quadratisch vom Format her. Also die Vinyl. Aber warum man das jetzt, naja, ungefähr auf ein Viertel der Boxgröße beschränkt hat. Das hätte man irgendwie im Querformat falten können. Ja, keine Ahnung. Eventuell ist es auch exakt das gleiche Poster von der Faltung her, welches auch in der Limited Edition von dem Album gelandet ist. Denn es gab ja auch noch das Album in irgendeiner Premium-Variante, wo eben auch irgendwie Sticker und Poster darin waren. Eventuell hat man das dann so gemacht. Keine Ahnung. Dann haben wir hier Sticker. Und zwar in diesem Fall drei Stück in Schwarz-Rot und Weiß. Hier lesen wir BAUI LIEB DICH. Also allesamt in dem selben Design, hier so im Hochglanz-Look und eben quadratisch. Dreimal. Dann haben wir hier noch so ein Polaroid, wobei man sagen muss, es ist kein wirkliches Polaroid. Es ist, glaube ich, ist das ein Sticker? Nein. Also es ist so ein, ja, mehr oder weniger wie ein Sticker, allerdings in der Polaroid-Optik. Und dann hier rot draufgedruckt BAUSER. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gut, denn ich meine, dass es damals bei der Beschreibung geheißen hat, signiert oder unterschrieben. Ja, das ist einfach nur aufgedruckt. Schade. Und dann haben wir als letzten Boxinhalt, wie so oft, ein Shirt mit dabei. Und das sieht so aus, in schwarz und rot gehalten. Also das Shirt in schwarz. Und dann haben wir hier den roten Schriftzug auf der Brust. Fieber. Und auch dieser Schriftzug hier, wie auch BAUSER im Booklet, steht in Flammen. Auf der Rückseite haben wir hier nichts weiter. Also komplett in schwarz gehalten. Ansonsten bis auf zum Brustaufdruck. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Gildan Ultrakotten in der Größe L. Das Ganze ist 100% Baumwolle und Made in Haiti. Grüße gehen raus. Und zum Abschluss. Fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box, in diesem No-Box Bundle befindet. Und zwar haben wir einmal das eben gezeigte Shirt. Wie gesagt, Größe L. Dann haben wir hier dieses Poster, sehr klein gefalten, ist jeweils im Hochformat und beidseitig bedruckt. Dieses Polaroid, auch wenn es im Endeffekt nur so mehr oder weniger ein Sticker ist, aber in Polaroid-Look mit dem aufgedruckten BAUSER-Schriftzug. Die drei Sticker in dem BAUI-Lieb-Dich-Design, alle quadratisch. Und als letzten Boxen natürlich das Album an sich im regulären Jule-Case mit insgesamt 14 Tracks. Jawohl. Ciao. Ciao.